And this blinding flash of memories Played before my eyes And all I saw was you Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite Video Freunde Heute mache ich das erste Mal auf meinem Kanal mit euch zusammen eine richtig geile Sache Freunde Und zwar ich werde heute meine Mission ist heute auf jeden Fall eine Challenge Freunde 20er Bomb zu machen in einer Solorunde wie ich das ganze mache Freunde Alles nach einer kleinen Unterbrechung nach einem Intro Freunde Bleibt bis zum Ende dran und mal sehen ob ich die 20er Bomb schaffe oder nicht Ich bin viel besser geworden als damit So Freunde die allererste Runde beginnt ich lande hier sofort in Weeping Woods werde da ein bisschen looten und dann werde ich all die Gegner mitnehmen die ich über den Weg über ganz Fortnite über ganz Battle Royale überhaupt treffen werde Freunde Wünscht mir Glück Bleibt bis zum Ende dran Freunde ich bin mega mega gehypt Ich habe auch unnummern Lust zu zocken heute und ich denke mal wir schaffen heute die 20er Bomb Freunde Ich habe ein gutes Gefühl und wenn die Lobby hier auch voller Bots sind und auch hier eine Menge Leute landen und ich den als erster eine Waffe habe und als erster Pusche Sollte das hier zack zack geben Freunde Deswegen gehen wir jetzt hier schnell rein und hoffen dass wir hier unten eine Waffe finden Normalerweise sollte hier eine Waffe sein aber dieses Mal gibt es hier keine doch hier haben eine So jetzt schnell pushen jetzt schnell pushen da haben wir den ersten Gegner Der gerade hier abhaut Der gerade mega abhaut kann man wo der ist Der Glücksblitz Wir haben aber noch einen Freunde Hier ist einer Boah man Digga No 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 wenn er mich jetzt holt Boah ich hasse solche Leute Okay wir haben einen behinderten Starter gehabt Freunde Der eine ist abgehauen der andere hätte mich fast mit der Pick-Ass geholt Aber egal Freunde Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Druck gemacht ich habe jetzt keine Munition gar nichts Tut mir gerade so unnummern leid für den einen dass ich ihn einfach so genommen habe Ich hatte noch keine Warm-Up-Runde Freunde Kommt jetzt eine Granate vor mir Ein paar Granaten Boah was für ein Blumen Digga Okay ein Kill haben wir noch Freunde vier Kills haben wir schon Dann haben wir den nächsten Gegner Den holen wir uns jetzt freuen Der wird jetzt geholt Der wird jetzt geholt Ich hoffe das ist ein Bot Jep nice Je mehr Bots Freunde desto besser Oh hier links ist noch einer Ich glaube nicht dass der Bot ist Ne er ist kein Bot Er ist ein Real-Life Spieler Oh scheiße der hat mich geboogied Den holen wir uns Oh bei mir hängt es scheiße Nicht gut wenn es bei mir hängt So kleine 31er sogar Oh ich glaube der wird es mir richtig richtig Dingens machen Okay der hat es echt echt Dingens gemacht hier Freunde Weiß gerade nicht wo der hingegangen ist Vermutlich aber weiter Ich hoffe es gibt Ich finde gleiche kein Nein ist er doch Wir müssen mal Treppen Ja man Boah nice 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 Das war wichtig Freunde Wir haben jetzt zwei Kills Da ist noch einer Hey den müssen wir jetzt auch noch holen Ja man Ja man Ja man Okay die Runde scheint gut zu sein Freunde Es leben noch 14 Leute Ich muss jetzt 11 noch umbringen Digga Wie soll ich das hinkriegen What the fuck Das muss ich hier echt schnell machen Freunde Ich will noch ein paar Kills machen Da hinten immer noch einen Noch ein Gegner Digga was ist das für eine intensive Runde Alter Damit der stehen bleibt Einmal kurz treffen Oder anschießen oder wie auch immer Damit der weiß Hinter mir ist jemand Digga Der will mich haben will Der darf mich nicht holen Digga Der darf mich nicht holen Digga Der darf mich nicht holen Digga Ich lasse es nicht zu dass der mich holt Digga Also doch Oh nein 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 Jetzt muss ich nachladen Nein 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 Der darf mich nicht holen Digga Boah wichtig Sehr sehr wichtig Freunde Das wäre jetzt so unnormal wichtig Hätte ich ihn jetzt nicht geholt Wäre die ganze Runde für den Arsch Wo sind die Gegner Wo sind die Gegner Da hören wir einen in Emili Und da unten ist aber auch einer der schießt Okay sehr schön Sehr schön Den versuche ich jetzt Und wo schießt einer auf mich What the fuck Ich heiße mal auf den Ich will den Gegner hier Ich mich krank Oh no 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 Ey das ist meiner Digga Wie er klaut ihn Dieser kleiner Du 31er Du Peach Digga Boah Ich werde ihn jetzt so vernichten Alter Der meinen geklaut hat Ich mache ja gerade bei allem Druck Bisschen Freunde Aber ich muss aufpassen Das war sogar ein Bob Der meine Dingens geklaut hat Digga Ich will das der runterkommt Digga Ich will das der runterkommt Junge Komm runter Ein End Ein End Bruder Genau das Oh shit Ich muss weg Ich muss weg Das ist meine Chance Dieser 31er Digga Dieser 31er Der jetzt hier Dingens macht Der jetzt hier Stress ohne Ende macht Hier du kleiner Wichser Boah Junge Intensiv Ich kriege keine Luft mehr Digga So intensiv ist das Ich muss mich jetzt direkt hoch hin Boah Digga Ich habe sein Leben zerstört Digga Der wird nie wieder Fortnite zocken Ich bin nicht mehr in der Zone scheiße Digga Der ist hier im Gebüsch Digga Da ist er Nein Digga Nein 31er Nein Der ist hier oben Ich hasse Gebüsch Leute Muss mich schienen Boah one on one Freunde gegen einen Typen Der im Gebüsch ist Der ist hier Ich weiß aber nicht wo der ist Boah dann mach ich einen Win Mit 13er Ging mal das hin Weiß nicht wo der ist Digga Das ist das Problem Ah da oben ist er Boah wenn ich jetzt abdose ne Dann weine ich Ja er ist runter gekommen Einen Come ora luh ard er 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 er